Hallihallo meine Freunde hier seht ihr einen der jetzt gemobbt wird von anderen ich habe ihn hier rein gestoßen und er fühlt sich gemobbt das ist gemein er hat mich abgeschossen also ja hab ich ihn da ja und ich habe ja egal ich habe ihn trotzdem hier rein gestoßen er hat mich reingestürzt und da habe ich ihn ab angeschossen ja pech für dich ja wir sehen uns beim nächsten let's play dann wieder ciao miteinander